Servus Büros und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir hier die Neuheit aus den Aldi 2020-21 und zwar die Bacher Cuda hat hier die Nummer 12 und kostet 15,99€. Sie hat 50 Schuss, eine Brennwahrer von 50 Sekunden, Effekthöhe ist 40 Meter und 20 Millimeter Kaliber hat sie und die Batterie sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, hat auch ein relativ geiles Design wie ich finde und dann wünsche ich euch jetzt ganz ganz viel Spaß bei der Bacher Cuda und ich sag schon mal Ciao, bis zum nächsten Mal. der beim 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 Bauchten Wow! Das war's so heavy.